Na dann, ich habe mir ein paar Hausaufgaben ausgedacht und zwar jetzt Hausaufgaben zur Übung, um besser mit Exponentialgleichungen, mit Logarithmen und solchen Kram klar zu kommen. Ich empfehle es wie folgt, ich schreibe die Aufgabe hin, mache dann eine kurze Pause, besser gesagt, ich werde die nicht machen, ich werde dann gleich weiterschreiben, ich werde sagen so und jetzt. Und bei jetzt macht ihr eine Pause, haltet euer Video an, versucht sie selber zu lösen und geht dann Schritt für Schritt praktisch eure Lösung durch oder verbessert eure Lösung oder wie auch immer. Also, fangen wir mal an. Eine ganz einfache Exponentialgleichung wäre zum Beispiel, die erste, die ich mir überlegt habe, 4 hoch 2x soll 16 sein. So, jetzt Pause machen und ich mache jetzt weiter. Also, ihr müsstet jetzt die Pause-Taste schon wieder losgelassen haben und hört, was ich jetzt sage, beziehungsweise verfolgt das auf dem Bildschirm. Es gibt zwei Varianten, wie ich hier rangehe. Ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich muss natürlich auch bei der Exponentialgleichung muss ich öfter mal Potenzgesetze und solche Dinge anbinden, aber ich zeige das mal alles. Also, das hieße, entweder ich schreibe das um als 4 hoch 2x, das lasse ich so und hier sage ich, das ist 4 hoch 2. Dann kann ich mich freuen, dann kann ich jetzt einen Exponentenvergleich durchführen und dann kann ich sagen, wenn die gleiche Basis da ist auf beiden Seiten, dann kann ich sagen, dann gilt 2x ist gleich 2. Jetzt teile ich noch durch 2, also ich behandle das jetzt wie eine typische Gleichung und kann sagen x gleich 1. Mal sehen, ob das stimmt. Die Probe wäre demzufolge, ich setze ein, 4 hoch 2 mal 1 soll 16 sein. Na gut, und 4 hoch 2 ist 16, also stimmt. Der andere Weg dazu, ich könnte auch schreiben, 4 hoch 2x ist 16, also nochmal der erste Ausdruck und ich sage, das 4 hoch 2x, das schreibe ich so, das ist davon gekommen, als 4 hoch 2 in Klammern hoch x. Denn wir wissen ja, dass die Exponenten multipliziert werden, wenn ich die Klammer da drum habe. Also, wenn ich praktisch eine Potenz nochmal potenziere, dann werden die beiden Exponenten multipliziert hingeschrieben. Ich kann das natürlich auch rückwärts machen. Und das soll 16 sein. Entweder ich mache hier wieder 4 hoch 2 draus, also, Moment, dann nehme ich mal die 16 weg, das wäre mal ein Spaß. Ich sage also, das ist 4 hoch 2 und jetzt kann ich sagen, naja prima, ein Ausdruck und ein gleicher Ausdruck auf beiden Seiten, x muss dann 1 sein, da kann sich dann hier nur eine 1 ergeben. Oder, ich gehe jetzt hier von mir aus, 4 hoch 2 hoch x soll 16 sein. Ich könnte also auch sagen, 4 hoch 2 ist 16 hoch x, soll 16 sein. Und jetzt erkennt man, weil ja hier eine Stille hoch 1 steht, x muss 1 sein. Also, bitte auf diese Art und Weise rangehen, sich einfach mal Gedanken machen, was kann ich tun. Und ich zeige jetzt schon mal die zweite Aufgabe. Zweite Aufgabe ist so ähnlich. 8 hoch x ist...